Logistik. Was ist Logistik? Nennen wir diesen Kugelschreiber. Das Rohöl wird gefördert und verarbeitet. Nach dem Transport geht es zur Produktion. Anschließend wird die Ware gelagert und ausgeliefert. Und dann jetzt schließe ich hier in meiner Hand. In allen Teilprozessen geht es darum, die richtige Ware am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, zu den richtigen Kosten, in der richtigen Qualität, in der richtigen Verpackung und mit richtigen Informationen bereitzustellen. Dabei ist es unsere Aufgabe, alle Abläufe ganzheitlich zu optimieren. Das und noch vieles mehr ist Logistik.